Hallo Bettina, ich freue mich total, dass wir heute Zeit gefunden haben für unseren Skidag. Ich freue mich auch total. Bei dem traumhaften Wetter ist es natürlich auch noch viel schöner. Stimmt, herrlich ist es. Und die kulinarischen Genüsse, auf dich freue ich mich auch meistens, weil so ein Skidag macht natürlich hungrig gerne. Das stimmt auch. Musik Bist du denn gleich schon mit deinem Ufern gefahren? Nein, bin ich noch gar nicht heuer. Nein? Nein. Dann fahren wir zusammen. Das würde ja besonders schnell sein. Ich habe schon Hunger. Ja, ich auch. Auf was hast du Lust? Ja, ist gar nicht so einfach. Da übersetzt es geschieht, von elegant bis urig. Alles dabei. Alles dabei. Das war jetzt ein richtiger Genuss. Direkt in der Sonne, das Essen. Das war absolut heilig. Ein Traum. Ein Traum. Jetzt wollen wir von euch wissen, liebe Leute. Wo geht es ihr am liebsten hin? Auf euren Skihütten? Bei uns im Skigebiet. Bei über 60 Skihütten ist sicher bei jedem was dabei. Was sagst du? Stimmt. Musik Bettina, danke für den schönen Skilauf. Bärig ist es gewesen. Danke dir Bettina. Und wir wünschen unseren Gästen einen wunderschönen Sonnen-Skihlauf. Gesundheit. Kitzbühler Alpen. Einfach Bärig. Kitzbühl und Kirchberg. Willkommen im besten Skigebiet der Welt. Kitzbühl und Kirchberg. Ihr perfekter Winter. Musik 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 Musik